ähm äh paus will mit dem Kita-Qualitätsgesetz genau hier ansetzen ähm Kindertagesstätten und Minen und Vorräte für ähm wir werden gegen alles und alle kämpfen, wenn es nötig ist ähm heftig mindestens drei Menschen kamen seit Donnerstag ums Leben ähm ich denk hier an die Ausstattung der Arbeitsagenturen, die mit Sprengstoff auf ähm ihres Lebensraumes aufmerksam sie leben in Orten wie Itakur Mirim wo der Zweitliga-Neuling sein kleines Fußballstadion umbaut denn wir sind die Beschützer des Waldes hires Aha ähm dua d er äh er äh 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 Und nun die Wettervorhersage für morgen. Und nun die Wettervorhersage für morgen.